Mit wem führst du das Gespräch deines Lebens? Wer ist dein Hauptgesprächspartner oder deine Hauptgesprächspartnerin in deinem Leben? Und damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibeleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Wir machen weiter mit der täglichen Bibellese. Heute ist Epheser 6, 18-24 dran, am Samstag, den 28. April 2018. Und ich habe das Thema gewählt, das Gespräch unseres Lebens. Oder ich könnte auch sagen, der Gesprächspartner unseres Lebens. Lesen wir mal rein. Epheser 6, Abvers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich, schreibt Paulus. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottesgesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Nun werdet ihr aber auch etwas über mich erfahren wollen und darüber, wie es mir geht und was ich tue. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten mitbringen. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. So beendet Paulus den Brief an die Gemeinde in Ephesus und damit auch an die Gemeinden in Kleinasien, die auch von diesem Brief Kenntnis bekommen haben, damals im ersten Jahrhundert. Und es ist schon bewegend auch zu sehen, wie er die Beziehung beschreibt zwischen ihm und den Ephesern und dass es darum geht, voneinander zu hören und zu erfahren, wie es einem geht. Und dann gibt es Leute, die das weitersagen können und da merkt man dieses Beziehungsgeflecht zwischen Paulus und zum Beispiel den Christen in Ephesus. Das ist eine sehr schöne Sache, wenn sich Christen gegenseitig ermutigen können durch Besuch oder durch Grüße, die sie einander ausrichten oder durch Inhalte, die sich einander teilen. Und so spüren wir hier etwas von diesem Miteinander im ersten Jahrhundert auf dem Weg, das Evangelium hinauszutragen in die römische Welt, in die griechische Welt, hineinzutragen in die europäische Welt. Auf diesem Weg geht es über die vielfältigen Beziehungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes, die gemeinsam an derselben Aufgabe stehen, nämlich das Evangelium weiterzusagen, die gute Nachricht von Jesus und so das Reich Gottes, die heilsame Herrschaft Gottes an möglichst viele Orte zu bringen. Und in diesem Zusammenhang nennt Paulus im Vers 18, was das Gespräch unseres Lebens sein soll. Erwendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nacht, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also wenn wir auf der Suche sind nach der Frage, wer ist der Gesprächspartner unseres Lebens, mit wem führen wir das Gespräch unseres Lebens, dann darf das tatsächlich Gott selbst sein. Das macht übrigens auch sehr viel Sinn, weil wir kommen von Gott, wir sind zum Leben mit ihm berufen, in unserer irdischen Existenz und wir werden in alle Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben. Also es macht sehr viel Sinn, das Gespräch mit Gott hier auf der Erde fleißig, fleißig, fleißig zu üben und unsere Beziehung zu Gott, unsere ganz persönliche Herzensbeziehung zu Gott zu pflegen, weil diese Beziehung wird nicht aufhören. Sie ist ewig und sie wird ewig weitergehen. Und genau deshalb sagt Paulus, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Das sind wichtige Hinweise, nämlich, dass wir uns vom Heiligen Geist Gottes leiten lassen in dem, was wir beten. Dass wir also nicht einfach unsere Agenda haben, vielleicht auch Agenda in Form von Listen, von Gebetsanliegen, von Dankanliegen, von Fürbitteanliegen und so weiter. Und dass wir dann einfach sozusagen in einem Monolog abspulen und bei Gott abgeben, was wir zu bitten haben. Das kann man auch machen, aber das bleibt weit hinter dem zurück, was das Neue Testament Gebet nennt. Hier geht es um einen Dialog. Und der Heilige Geist, der gibt uns Impulse, wofür wir beten, der gibt uns Hinweise in unserem Alltag, mitten im Leben. Da steht ja immer und überall sollen wir Kontakt mit Gott aufnehmen. Das heißt, das Gebet ist nicht beschränkt auf sakrale Orte oder stille Kämmerlein oder das Gebet ist auch nicht so eingekesselt zwischen einer Eröffnung und einem Amen und dann geht das normale Leben weiter. So ein Gebet ist im Neuen Testament die stetige und dauernde Online-Verbindung mit Gott. Und der Heilige Geist ist sozusagen die Brücke in die unsichtbare Wirklichkeit, wo Gott, wo Jesus Christus, wo der Heilige Geist mit uns in Verbindung treten will. Also darauf zu achten, was ich wahrnehme und dann dafür zu beten. Mit den Augen Gottes sehen zu lernen und zu begreifen, das sind jetzt Anliegen, die dem Willen Gottes entsprechen und dafür will ich jetzt beten. Dass Frieden kommt in eine Situation, die sehr schwierig ist. Dass Hilfe kommt für Bedürftige oder für Kranke. Dass wir wahrnehmen, wo Menschen befreit werden müssen von Blockaden, die sie Gott gegenüber verschließen und Menschen gegenüber unnahbar machen. Dass wir für Menschen beten, die in schwierigsten Situationen stehen, die nicht mehr aus noch einwissen, dass wir für Menschen beten, die wir einfach wahrnehmen, wenn sie zum Beispiel mit dem Krankenwagen und Blaulicht und Martinshorn an uns vorbeidüsen, weil sie zum Beispiel einen Herzinfarkt erlitten haben oder weil sie in einen Unfall verwickelt wurden. Für solche Situationen können wir einfach gleich immer und überall beten, wenn sie uns begegnen. Wir können für die Menschen beten, die im Auto vor uns fahren oder im Auto hinter uns fahren. Wir können für die Menschen beten, die Gott uns in Erinnerung bringt. Ganz normal im Alltag, wenn wir unterwegs sind, wenn wir spazieren gehen und auf einmal an jemanden denken müssen, dass wir einfach für diese Person jetzt beten. Oder dass wir sie anrufen und dann sagen, ich möchte gerne am Telefon mit dir beten, für dich beten. Vom Heiligen Geist geleitet beten heißt, auch für Impulse offen zu sein, die ich bekomme, die mich leiten in dem, was ich beten soll. Ganz wichtig. Wir haben in diesen Tagen ja erlebt, wie die Präsidenten von Nordkorea und Südkorea nach Ewigkeiten von Eiszeit sich begegnet sind und wie Annäherungen stattfinden, die man vor kurzem noch für unmöglich gehalten hat zwischen Nord- und Südkorea, zwischen dem kommunistischen Nordkorea und dem westlichen Südkorea. Viele Menschen beten seit langem dafür, dass Gott diesen, einen der letzten eisernen Vorhänge in der Welt niederreißt und dass Gott die Macht der Diktatur einreißt in Nordkorea. Auch die Macht des Bösen, die dort herrscht und Hunderttausende in Arbeitslagern ihr Leben frissen müssen, oft auch ihr Leben verlieren. So viele sind wach geworden in der Welt für die bösartige Situation in Nordkorea und beten seit Jahren vom Geist geleitet, dass sich doch dort etwas bewegt. Und jetzt erleben wir, dass sich etwas bewegt. Und wenn wir sowas wahrnehmen, dann sollten wir beten, dass diese Bewegung weitergeht und dass Freiheit kommt für Nordkorea. Und dass am Ende eines politischen Prozesses tatsächlich die Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea steht, wie wir erlebt haben als Deutsche, die Wiedervereinigung von Ost und West. Was für ein Wunder Gottes. Damals hat auch kaum jemand es für möglich gehalten und dennoch ist es geschehen. Das ist auch nur so ein Beispiel, wofür wir beten können in der Weltgeschichte. Das gleiche gilt für die anderen großen Konflikte in Syrien im Nahen Osten, wo immer es sein mag. Da, wo uns der Geist leitet, wo wir betroffen werden von Situationen, dass wir dafür gezielt beten. Und das sollen wir mit Ausdauer und Beharrlichkeit tun für alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Dass wir für unseren Pastor, unsere Pastorin beten, für die Gemeindeleitung. Dass wir beten für das Presbyterium, für den Kirchenvorstand. Dass wir beten für die Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde, die auch alle in einer säkularen Welt ihren Glauben jeden Tag bewähren müssen. Dass wir beten für die heranwachsende Generation, die es schwer hat, gegen all die Übermacht der westlichen Verlockungen und Versuchungen bei Jesus zu bleiben und die Ethik Jesu Christi aufzunehmen und Menschen zu werden, die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind, mitten in unserer säkularisierten Gesellschaft, die alles andere als zum Glauben einlädt. So können wir kontinuierlich und beharrlich für die junge Generation beten und für alle Menschen in unserem Umfeld, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, unsere Mitstudenten, unsere Mitschülerinnen, wer auch immer es sein mag. Beharrlich beten, immer und überall mit Bitten und Flehen zu Gott. Merken wir, wie dieser Dialog, dieses Gespräch, das Gespräch unseres Lebens werden will? Es gibt keine wichtigere Beziehung, als mit Gott zu reden, auf ihn zu hören, seinen Impulsen zu folgen und in seinem Namen und in seinem Willen zu beten. Wir haben meistens keinen blassen Schimmer, was unsere Gebete bewirken, auch in der unsichtbaren Wirklichkeit, die hinter der sichtbaren Wirklichkeit steht, wie wir gestern gehört haben. Und so möchte uns Paulus durch diesen Brief an die Epheser, hier in dem letzten Abschnitt, wo wir den Epheserbrief beenden, zu einem regen Gedankenaustausch mit Gott anregen, zu einem Regengespräch, zu einem Dranbleiben, am Austausch, am Dialog mit Gott, damit wir immer mehr seine Leute werden, ja, seine Agenten, mitten in dieser Welt, um zu bewerkstelligen durch das Gebet, durch die Fürbitte, was Gott möchte, wie Gott Dinge verändern möchte. Das ist eine lohnenswerte Perspektive und wir sind eingeladen, unser Gespräch mit Gott täglich zu erweitern, zu vertiefen, ja, es gar nicht mehr abreißen zu lassen, online zu leben, in der Online-Verbindung mit Gott und zu jeder Zeit in der Lage sein, Anliegen aufzugreifen, auf Situationen zu reagieren, in dem wir beten und, wenn es uns möglich ist und die Situation hergibt, auch handeln. Denn das Beten und das Handeln gehören ja dann auch zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du der Gesprächspartner unseres Lebens sein willst und dass wir unser Leben lang das Gespräch unseres Lebens mit dir führen dürfen. Vergib uns, wo wir abgekapselt und abgeschlossen in uns selbst, entweder in Selbstüberschätzung glauben, wir packen das schon alles, oder in Depression und Kleinmut versinken und uns selber angucken, unsere Möglichkeiten und dann gar nichts mehr positiv denken oder handeln können. Vergib uns, Herr, wo wir so tun, als wenn es die Online-Verbindung mit dir nicht gäbe und als wenn es das Gebet nicht gäbe und als wenn es diesen Dialog mit dir nicht gäbe. Vergib uns, wo wir uns von dir abkapseln, wo wir uns von dir abwenden und unser Leben in eigener Regie führen, auch als Christen. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, dass unser Online-Gebetsleben, die Wachsamkeit, das Dranbleiben, die Beharrlichkeit weiter zunimmt und dass wir so aus der Verbindung mit dir wunderbare Erfahrungen machen, wie du uns durch das Gebet, das du selbst anregst in unserem Herzen, so führst, dass wir am Ende in deinem Namen beten und in deinem Namen handeln können und so die Welt zu einem besseren Ort machen, weil deine Kraft, dein Licht, deine Weisheit, alles, was von dir kommt, mehr Einfluss gewinnt mitten in dieser Welt, die oft so verloren ist, oft so finster ist, oft so hoffnungslos ist. Danke, dass wir Boten der Hoffnung, Boten des Lichts, Boten deiner Kraft sein dürfen im Gebet und im Tun. Und so bitte ich dich, Herr, mach du uns ganz gewiss und froh darin, dass wir immer mehr mit dir reden, auf dich hören und tun, was du uns sagst. Und dazu hilf uns, Herr, auch heute. Amen. Ja, vielleicht haben wir jetzt keine dezidierte Gebetszeit, wäre mein Vorschlag, sondern jetzt durchzustarten in den Tag und dieses Online-Gebet mit Gott zu lernen und zu üben. Und wenn wir etwas wahrnehmen, wo wir merken, hier wäre gut, wenn Gott jetzt Einfluss nimmt, dass wir dafür beten. Ist das eine gute Herausforderung? Ich will sie auch annehmen. Das war die Atempause vom Samstag, den 28. April 2018, im letzten Abschnitt des Epheserbriefes, Kapitel 6, 18 bis 24, unter dem Motto, unter dem Thema, das Gespräch unseres Lebens. Morgen lesen wir einen Psalm gemeinsam und am Montag geht der ökumenische Bibelleseplan weiter mit dem Hebräerbrief. Und das ist auch ein kerniger Brief, wo in jedem Abschnitt wirklich was drinsteht, was uns hilft, was uns aufrichtet, was uns lehrt, was unseren Glauben vertieft und damit unser Leben reicher macht. Auch schon von daher in Vorfreude darauf, herzlich willkommen morgen zum Psalm und dann ab Montag mit dem Hebräerbrief. Gott segne dich, Gott behüte dich und ich freue mich, wenn wir uns morgen zur nächsten Atempause wiedersehen. Bis dahin! Gott. Gott.